Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal EinfachJoe und heute erzähle ich euch das Geheimnis wie ihr in nur zwei Tagen zur guten eBWL Note kommt und zwar falls ihr es interessiert bleibt auf jeden Fall dran bis gleich 2 Tage Lernaufwand ist ja wirklich für Uni Verhältnisse extrem wenig und zwar vor allem für die WU und die restlichen SEOPs das heißt es ist absolut keine Hexerei deswegen auch meine Empfehlung schon etliche Videos davor die natürlich in der Infobox unten beschrieben sind unter Anführungszeichen die fehlt natürlich dort falls ihr sie noch nicht gesehen habt so wie lerne ich jetzt in zwei Tagen für eBWL und schaffe ein 1er oder 2er im keinsten Problemfall das heißt es gibt zwei wichtige Komponenten Komponente 1 es sind die Folien die ihr findet auf der Homepage das heißt ihr habt diese Folien die ihr auch aus den Vorlesungen kennt wo einfach das ganze Wissen mehr oder weniger aufgereitet ist die verschiedenen Theorien was es nicht alles für Grundkonzepte gibt und so weiter das sind alles keine schwierigen marktwirtschaftlichen Theorien die ihr im verschwissen gewissen Kontext setzen müsst wo ihr erst euch in ein Rechtsfach einlesen müsst oder sonstiges das ist absolut keine Hexerei das ist einfach zu verstehen da braucht man kein gewisses Vorwissen oder sonstiges das ist ein einfacher Inhalt wie man ganz einfach so wie sie da sind auswendig lernen kann und das ist auch die erste Komponente und die zweite Komponente ist Rechnen und zwar ihr werdet da konfrontiert mit ganz simplen wirklich einfachen Rechenbeispielen und zwar im Sinne von Cashflows Rechnen ja Cashflow 1 ist das Cashflow 2 ist das Cashflow 3 ist das oder Gewinn Gesamtkapitalquote und so weiter und so fort das sind alles sehr einfache Formeln die sich in Summe auf einer Seite auf vier eineinhalb Seiten auf vier ausgehen das heißt auch keine Hexerei ist auswendig zu lernen vor allem am besten zwei Tage davor und ja ganz wichtig ist da ist nicht nur die Rechenweise versteht anwenden können sondern ihr müsst diese Rechenweise auch trainieren denn ihr wollt ja bei der Prüfung diese Rechnungen perfekt eins zu eins nachvollziehen können keinen Rechenfehler machen können und dann einfach die Vollpunktzeit kassieren und das ohne irgendwelche Probleme ohne irgendeinen Stress ich sage euch so die meisten die sich gut vorbereitet haben werden in locker der Hälfte der Zeit fertig wenn du nicht in der Hälfte der Zeit fertig wirst dann merkt man schon würde ich behaupten dass du dich nicht gut vorbereitet hast bzw. den Scheiß den du können musst nicht kannst aber wenn du diese Theorien einfach auswendig lernst wenn du diese Rechnungen einfach beherrschst am besten holst du die nachdem du die Theoriefolien durchgelesen hast und verstanden hast und nochmal aus der Vorlesung wiederholt hast diese Rechnungen ein paar mal geübt hast schaust du dir eine Zusammenfassung an es gibt etliche Seiten ob Study Drive, Studo, whatever es hat drauslich nach vielen Seiten mit Studenten, Foren und so weiter gibt da gibt es sehr viele Zusammenfassungen habe ich meine damals auch daher geholt und zwar von Study Drive sucht euch einfach die raus die euch vom Layout am besten gefällt die ihr am meisten Downloads habt und eine beste Bewertung habt die zieht euch einfach ganz entspannt runter und ratet das durch lernt es auswendig am besten am Abend vor der Prüfung empfehlt euch das alles nochmal grob durchzugehen macht euch da überhaupt nicht verrückt am Tag vor der Prüfung denn zwei Tage vor der Prüfung reichen komplett aus natürlich ist es wichtig dass dieses Video jetzt kommt denn ihr könnt jetzt natürlich auch schon anfangen verspricht gar nichts dagegen um auf Nummer absolut sicher zu gehen und dann den Bomben einzuschreiben und so um gleich die erste Prüfung zu schaffen und auch viel CDS zu ergattern und ja das war schon das ganze Geheimnis wichtig genauso wie bei Mathematik ist der herrschende Taschenrechner benutzt am besten den Taschenrechner den ihr sonst auch benutzen dürft und keine irgendwie eure Alten zum trainieren oder keine Ahnung was sondern genau die Taschenrechner die ihr benutzen dürft und auch benutzen werdet und ja dann würde ich sagen wünsche ich euch viel Erfolg beim Lernen und viel Glück für die Prüfung dass ihr aber definitiv nicht brauchen wollt wenn ihr einfach gescheit lernst aber trotzdem wünsche ich euch viel Glück und dann würde ich sagen lasst dem Video gerne ein Like da wenn euch das gefallen hat schreibt gerne unten in die Kommentare einige Fragen Anmerkungen whatever euch nicht alles einfällt ich lese jeden einzelnen Kommentar abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke um kein einziges Video mehr zu viewen zu anderen spannenden Themen zu verpassen und dann würde ich sagen wünsche euch noch einen spannenden Sonntag man sieht sich im nächsten Video und oder live stream Ciao und Servus